Ja, jetzt müssen wir nur warten, bis sie fertig gebaut sind. Komm, wenn wir schon mal die Zeit haben, gehen wir mal zurück. Gucken wir mal, was wir in der Schmiede machen können. Gucken wir mal, dass wir die beiden Sachen mal upgraden. So, was holen wir uns jetzt hier, ist die Frage. Achso. Ja gut, ich habe die jetzt, ja, ich habe zu viel jetzt geholt. Warum wir die große Methalle? Wir greifen nochmal an. Wir sind ja gut geschwächt. Vorbei. Äh, folg mir. So, die holen wir uns jetzt. Äh, Alter. Sind schon wieder alle down? Was ist das? Übel. Follow me. Der Feuerteufel. Oh, die hat es aber in sich. Ähm. Ah, was ist jetzt los? Follow me. Äh, Essen. Äh, folgen wir mal lieber. Oh Mann, was ist jetzt hier los? So, noch mal was essen. Oh, mehr Leute wieder. So, auf, dass die jetzt schneller produziert werden können. So, dann holen wir uns jetzt noch. Warte mal. Ähm. Hold position. So, ihr haltet die Position. Dann holen wir uns jetzt noch unseren speziellen Mann wieder an uns. An unseren rein. Diesmal holen wir... Diesmal holen wir Sanitäter. Ich glaube, das Sani ist gar nicht so verkehrt. Wobei... Ach, doch, der kommt. So eine ungerade Zahl. Wie kommt... Achso. Wo ich die Metalle abgegradet habe. Okay. Da fällt mir gerade was ein. Was wir noch machen können, wenn wir schon so eine ungerade Zahl haben. Brauche ich aber mehr Nahrung für. Was ich gerade nicht... Ne, brauche ich mehr Münzen für. Ja, das ist ja doof. Mehr Münzen ist jetzt doof dafür. Dann halt nicht. Dann mache ich das jetzt auch nicht so. Äh, nee. Fuck mir. Äh. Schön, wenn ich nichts machen muss. Ihr macht das schön, Leute. Äh, folgt mir. Äh, Shield-Wall. Ja, um den kümmere ich mich schon. Da bleibt er eh jetzt hier anscheinend stehen. Wir sind da jetzt auch noch mal, Leute. Autsch. Ihr Hunde. Äh, folgt mir. Follow me. Follow me. Follow me. Auch der brennt auch schön ab. Ah, ne, jetzt muss das alles weg, wahrscheinlich. Äh. Ein hoch auf die Feuerpfeile. Shield-Wall. Aber ich muss nur der da oben drauf gehen. Kann ich jetzt schon machen. Nee, kann ich noch nicht. Doch jetzt. Follow me. Follow me. Weißt du nicht, ob das jetzt dadurch schneller geht? Ich glaube nicht. So, jetzt verwandeln wir dieses prächtige Ödland. Oha, sorry. Oha, sorry. Okay. So, let's do it. Weiß nicht. See? Weiß nicht. Weiß nicht. So, wir werden uns wieder begangen. Weiß nicht. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Da braucht der ein Farb. Der Sunny ist schon nicht schlecht. So. Die verbrennt gerade ähnlich. Da blocken wir mal ein bisschen mit hier. Ich hätte so einen Pfeil am Kopf. Ja, wobei der Sunny kümmert sich schon darum. Das kann ein bisschen dauern. Was für mich hier so schön ist. Nur Kohle. Nein. So haben wir nicht gewettet. Äh. Position hallen. Das ist ein Nahkämpfer gegen drauf. So. Puh. Wir müssen. Wir müssen noch mehr Leute. So. Dass sie schneller schießen können. Was sie mehr Leben haben. Hmm. Wir müssen zu einem. Das sind einfach zwei. So. Ein bisschen auf mein Leben achten. Und ich habe keine Bogenschützen mehr. nicht mehr so viele zumindest. Uh. 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 Okay. Ja. Was tue ich hier? Äh. Ausdeuern. Äh. Okay. Das muss repariert werden. Dann. Ganze Kohle einsacken. Uh. Oh. Ich hab nicht gedacht, dass das Spiel doch so schwer ist. Oh. 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 Ich kriege zu wenig Fisch rein. So, wie sieht es jetzt hier aus? Okay, Gold habe ich jetzt erstmal nicht. Oh, äh. Moment, ich muss mal kurz pausieren. Bin sofort wieder da. Berlin-Horrod e betrig. Sind moment, ich muss mal kurz kurz Homlles chose, aber jetzt bin Budget. So, wie hat es jetzt metal ist? Ryu, ich muss mal kurz Wasser trên Farm Station tanzen. Da musste ich doch mal eben mal kurz ein Paket annehmen. Ah, Mann. So. Ah, ich glaube, ich sollte mich aber echt mal ein bisschen mal auf die Katapulte konzentrieren. Ich fahre jetzt hier einfach mal einen hin. Äh, hast denn halt 5? Die Angriffsgeschwindigkeit, glaube ich, die Reichweite. Ich hatte Feuerbrocken frei. Natürlich können wir jetzt ein bisschen was upgraden. So, wenn ihr jetzt nächstes Mal ein paar sterben sollten. Äh, Follow me. Shieldball. So, jetzt geht es aber vorrangig. Hoffentlich. Oh, keine Falle mehr. Macht aber nix. Besser, warte. Angriff. Das dauert schon sonst zu lange. Obwohl das auch schon lange dauert. Ja. 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 Ich bin immer gespannt, wie dann die Story auch weitergeht. Ach, der brennt. So, die greifen es schon an. Ja, wir werden jetzt erstmal alles hier schön den Erdpunkt gleich machen. So, das war es jetzt, glaube ich, ne? Jo. Jetzt kommt ein Bosskampf. Ich meine, es kam damals ein Bosskampf. Du solltest in England, während du es durften. Ich habe gerade gedrückt. Ich habe... Ist das jetzt ärgerlich? Okay, dann auf Neues. Aber schön, dass man die immer wieder machen kann. Ich hoffe, YouTube schneide ich das extra passend zurück, dass es beim ersten Mal gab. Natürlich nicht. Ja, schon. Aber... Ja, es ist spät. Ach, das ist chemin. Ach, das ist ein Dickensz. Ach, das ist auch geil. Ich werde mich wieder vorstellen. crates Jesterhäb, central Deshalb darfst du nicht. Ich werde mich nicht mehr anerhelf, aber die Be- Ah, der ist damit dann oben verwundbar, okay. Ey, das kriegst du nicht. Kann man die nicht blocken? Ja, ja. Okay, besser einer als keiner. Okay. 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 Ah, guck mal, die kann ja auch blocken. Mach ich das einfach so. Geht zwar ein bisschen auf die Ausdauer, ist egal. Oh mein Gott. Komm, jetzt hast du nicht mehr viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. My axe. Where is Rhea? Who paid you for the kidnapping? You will kill me anyway. So why should I help you? You are right. You will die. But you can decide for yourself how it should be done. Will you die with your axe in your hand and make your journey to Valhalla? Or shall I bury your parts all over England so that access to Valhalla will be forever denied you? Wait. All right. Agreed. Bishop Elmo told me to track down the woman. To get her to England at whatever price. So I made a plan. A raid on your village. It only happened because of her. What are his intentions with her? I don't know. But I am sure that she is still alive. The reward was so lavish that she must be valuable to him. Where can I find him? Follow the river. On its shore you will find a church. I hope you remember what you promised. Send me the Valhalla. So. That's how it ends. So. Ich glaube so weit ging jetzt auch das total...